ja moin freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen video mal wieder von real life so ihr seht es ich bin im wald was macht man im wald pilze sammeln richtig so ich habe gedacht ich bin schon seit drei tagen hier auch dahinten ist schon die strafe achso naja und ich ja pilze sind zwar da die meisten sind aber schon angegammelt oder sowas und jetzt habe ich so gehofft vielleicht finde ich jetzt mal mehr als gestern gestern habe ich einen fiddelkorb oder so nicht mal in die hälfte und jetzt sieht man das und meine allergie schlägt wieder so ein bisschen an naja so mal einen kleinen ein oh alter schwelle guck mal hier ein kleiner pilz ja das war eigentlich der ist schon da organisieren sich die käfer und so dran das ist so ein bisschen ja tricky ja dass ihr mal seht was ich so mache ein ls video habe ich schon aufgenommen das muss ich nur noch rausbringen so ich will mal weiter leute dass ihr mal sehen was ich so mache ein bisschen pilze sammeln noch dann will ich auch gleich wieder aufbrechen ich habe jetzt noch morgen muss ich noch arbeiten und dann habe ich frei dann ist ja das werner rennen da bin ich auch deswegen das video werde ich vielleicht freitag noch raushauen vom ls da sind wir wieder mit dem lohnunternehmen in gange und ja also wenn euch das gefallen hat ein läufchen nach oben ich kann nichts viel sagen weil meine nase wieder läuft und sowas das ist kacke und ja läufchen nach oben würde mich sehr drüber freuen aber natürlich auch leute teilt meinen kanal richtig schön ich weiß es kommt zwar jetzt wenig aber ich versuche mehr zu machen auf wiedersehen was guter rein tschüss aber mach sie